So, willkommen wieder zu einem Let's Play Together FIFA 13 und wir spielen Marseille gegen Gladbach. Das Ganze im 2-1-2. Marseille, das ist der Daniel. Hallo. Und der Sebastian. Moin, moin. Und Gladbach, das ist der Christian. Hallo. Und ich. Ich bin der Tim. Pfui. Gib dir gleich Pfui. Pfui, knallt er gleich in den Winkel. Pass mal auf. Auf geht's, Sebastian. Boah, jetzt müssen wir die Franzosen die ganze Zeit hier singen hören. Ach geil. Marseille ist ja gar nicht der Blödsinn, oder was? Ah, schön gedacht. Ah, da ist noch heiß. Da spielen sie das ganz ruhig. Ah, schade. Hanke macht sich schon warm. Oh, jetzt kommt er hier. Ronte? Ronte. Ein Spieler von uns vorne. Oh. Einsatz. Hau ich raus. Da ist die Sicherheit. Och, und wie er den raushaut. Ja, da hat er so blöd mitgenommen eben. Ich krieg den da unten nicht ausgewählt. Ah, aber er ist dran. Der De Jong kommt dran. Er hat auch nicht viel gebracht. Nein, was mache ich da? Ja, der hat fast dran gekommen. Wer hat nicht viel gebracht? De Jong. Der schießt hier jetzt warm. Achso. Ja, Mann. Ja, hier keine Kompromisse. Nein, warum läuft der? Ja. Ich versuche einzubekommen, aber ich kriege keinen. Abgefälscht. Oh. Der wäre gut gekommen, ey. Eckball. Arango. Der kann die. Der kommt super. Ball-Buena. Oui. Ey, setz ich durch. Der war geht zum Torwart zurück, da machen wir keine Kompromisse. Achtung. Ja. Dränglich ist geklärt. Blattfehler. Da habe ich den. Die Einwürfe, das haben da einfach schlecht gemacht. Ja, aber scheinbar sind wir beigeblieben. Wie leidet ihr einen Wurf? Ja. Morgen. Mach irgendwas. Ja. Mach irgendwas. Da hast du abgelaufen. Ah, der bleibt dran. Herr Dominguez, der gefällt. Was ist das? Ich glaube, der wird leicht geschubst, sodass er den da vor der Teambein bekommen hat. Er hat einen Gegner eben, wo ich den Ball angenommen habe. Äh, warum war ich der erste 2-mal? Weil das Spiel dich so geil findet. Weiß. Nein. Hast du, hast du? Ah, hast du. Danke für den Pass. Wollte ich Knopp oder was? Ja. Junge, Junge. Weiß. Weiß. Du hast dich getrunken beim Essen, oder? Äh. Da. Ach, da. Parallel haben die sich da oben bewegt. Ja, wir brauchen vielleicht noch einen. Da kommt. Oh, schade. Schade. Ey, spiel doch. Nein, 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 schon wieder so schnell. Jetzt. Durch. 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 Oh, oh. Ich krieg da keinen Spieler da oben. Wim. Was ist das? Ja, achso. Boah. Mach es rein. Mach es rein, mach es rein. Ich wusste das, ey. Ich bin extra, hab ihn weggelockt. Der Schisser, ey. Der Schisser sagt ja. Ich will da die, ich will da die sicheren machen, ey. Du willst, du gehst mit der gleichen Abo ganz hier ran, wie mit dem Spiel gegen Mike, ey. Aber so ist es auch. Aber mich kriegst du nicht so wie den Mike, ey. Ich mach nicht nach, beende nicht ein Let's Play nach 50% der Zeit. Und halt die Fresse. Ich komm, ich komm nicht ins, nach dem Spiel in den Raum und sag, warum bist du so? Boah. Nein. Läuft zu langsam. Schade. Boah. Machst du denn? Was machst du denn? Ey. Oh, komm. Also das Lägerling. Darf ja auch noch gelb, ey. Wenn man jetzt so eine Taste hätte Schiri angehen, das wäre ein Traum, ey. Geh drauf, ich hab ihn hinten. Hab ihn in der Mitte, ich hab ihn in der Mitte. Ja, genau. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt. Ja. Ja. Hey, der. Zu Eckfahne. Klasse. Freigedaufe in der Mitte und der Ball kommt im richtigen Moment. Zack. Zack. Und dann darfst du ihn aber trotzdem noch machen. Das ist kein Goldgatter. Das gucken wir uns erstmal an hier. Aus allen Kameraperspektiven. Aus dem Lager. Den Gegnerischen. Oh, die sind nervös. Was hat der denn gemacht? So hart der Ball, die konnte keiner stoppen. Oh, traumhaft hier. Bitte bleiben, bitte. Bring ihn. Ey, was ist denn das? Der auch nicht. Boah. Klasse. Klasse. Und jetzt langsam, da verstehen sie sich. Die Mechanismen greifen. Ja, langsam, automatismen sind da. Der kommt gut. Der ist super. Schade. Der Brüte. Wie in der Torwart. Hab ich. Na klar, der Notfall ist schneller als Arju. Klar, der Notfall ist schneller. Der trainiert nur Sprint. Der geht auch nebenbei in Leichtathletik-Vereinen. Haben auch noch frühe Kunsttouren gemacht. Ja. Mit dem Pfander saß zusammen. Kleiner Insider am Rande. Ja, Statistik. Ja, ich Idiot hab mal wieder viel zu schnell was weitergedrückt, sodass ich überhaupt keine Statistik sehe. Ich sehe sie dir vor, wir haben fünf Schürze aufs Tor und die anderen nur einen. Das sagt alles. Mehr Ballbesitz, mehr Tore, mehr Schüsse. Ergo, verdient. So, dankeschön. Bitte schön. Oh, schade. Das sah auch schon wieder gut aus. Technik ist ja keine, aber Tore kann er schießen. Aber wie sagt man so schön, es ist nur ein 1 zu 0. Mhm. Mal weiter aufpassen. Schön. Aber die sind in der Luft stark. Die Glattfahre hinten. Ach, schade. Schade. Und in das Abseiten gestellt. Wenn das das Einzige ist, was ihr bejubeln könnt. Boah. Wie hat's der Licht da. Der Sohle spielt er den. Oh, das war nicht gut von mir. Dränglich da. Boah, das läuft ja nicht. Aber da kommt auch nicht viel von euch. Ja, das ist jetzt die erste Chance, glaube ich, wo man mal sagt, ja. Ja, wirklich. So viele schon. Was ist das denn? Oh, faul. Was, faul? Der ist faul von euch. Der ist faul, der wurde angezeigt, auch. Achse. Ihn kriegst du. Oder ich kriege ihn. Ja. Genau, da muss er hin. Ach, schade. Boah. Ja, ja, ja. 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 Wer muss denn da und Maul rein hier? Super. Ja, da wollte er hoch. Umkämpft das Spiel, was gefällt mir? Der darf hier nicht. Was denn? Das ist so. Der Ball ändert die Richtung. Boah, Herrsch. Feste halten, ey. Vaporta. Von mir war abgehalten. Ich kriege einen in der Mitte. Jetzt. Leiser. Ja. Unter Druck. Flanktor direkt. Aus dem Winkel, wo ich stand, hätte ich die flanken können. Oh, schade. Nein, Spiel direkt. Oh. Ah, sie noch? Doch nicht. Ey. Oh, der Torch. Der Stegen. Arbeitsnachweis. Einmal umgefallen. Oh, schade. Er schade. Er schade. Nochmal traumhaft. Alter. Er schießt nicht. Mann. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Und da wird wieder die Runde gelaufen. Die Rundin. 2-0. Er ist aber schnell mit dem Karten. Wofür? Wofür? Ja, also. 2-3. Vielleicht nicht sogar eine Nummer 2 in Deutschland. 2-3. 1-3. 2-3. 2-3. Kall! Ja! Wenn das funktioniert... Oh, ich hab doch gedrückt! Hat er keine Kraft mehr gehabt? Ja, da hat er noch einen Fuß dazwischen gekriegt! Oh! Klasse! Jawoll! Der hat Selbstvertrauen! Ja, hat doch Selbstvertrauen! Was? Er hat sich gezerrt bei dem Schuss? Wer? Er hat eben gesagt, er hat den Anschein, als hätte er sich gezerrt! Oh! Ich kann mich zu spät, ja, ich weiß! Er ist runter, die Sau! Letzte Verwarnung! Wie kommt's? Hat doch gar nicht gelb, oder? Ähm... Aber letzte Verwarnung vor gelb! Ja, da kommt nicht viel! Ja! Guck mal gleich nach, ob der auch... Ach komm, hier nachts ist er! Das ist auch so! Der schießt auch noch verletzt eins! Nein! Oh! Ich hätt's ja sich in der Mitte! Ist doch nicht! Jamtke! Ist der einmal nicht auf! Hey! Jetzt um! Schön! Boah! Boah! Das ist kein Rückpass! Das ist kein Rückpass! Der hält das Bein hin! Eben! Jawohl! Ja, warum denn? Ja, weil er verteidigen will, nicht weil er den da hinspielen will! Reden wir jetzt wirklich darüber? Unabsichtlich war das! Und dann liegt das immer im besten Spielraum des Schiedsrichters! Ach ja! Komm nach vorne nochmal! Kontern! Ja! Ja! Oh! Spielsucht! Ist das der Verletzte oder was? Zack, er läuft schon so unrund! Wir haben die einfach 5 Minuten! Wofür? Ja! Was? Ja, er ist ein Fouls! Die ganzen Fouls! Klingt ja so aus, wenn wir euch nur umgeholzt hätten! Oh! Das war ein Foul! Komm, wir gehen zur Eckfahne! Sie haben sich selbstbehindert da gerade! Ach! Was? Hast du? Uh! Jawoll! Ich krieg den noch! Jetzt hab ich ihn da oben! In einem... Oh! Er hat sich gezerrt! Jacka! Jetzt ist er wirklich kaputt! Ja, ist eh in der jetzt! Hätte ich ihn gleich kaputt gemacht! Richtig! Ja! Ach! Dann hätte ich ihn gleich richtig gemacht! Mein Absatz! Ja, das war's! Das war's! Marseille verliert 2 zu 0 gegen Gladbach nach zwei Toren von De Jong! Tja! Klasse! Guck mal unsere Werte! 6,65! Das war mit eines der höchsten Werte, die ich hier erlebt habe! Tja! Das ist ja unglaublich! Spieldetails! Ja! Die sprechen für uns! Weil wir einen Schuss mehr aufs Tor haben! Ja, ist doch schön! In diesem Sinne, zum nächsten Mal! Ja genau! Bis zum nächsten Mal! Bis dahin! Ja, tschüss. Tschö.